Benni, was machst du hier unten? Naja, egal. Ich bräuchte mal bitte Hilfe beim Putzen. Kommst du mal mit? Hast du die anderen schon gefragt? Nee, noch nicht. Merkst du was? Okay, dann frage ich halt mal rum. Lilly, hilfst du mir beim Putzen? Die Antwort ist einfach. Mach mal schön selber, ja? Dann frage ich halt in Sachsen, Charlie. Kommt ihr mal bitte schnell her. Ich hab was ganz Tolles für euch. Also bevor es Schmeckis gibt, bräuchte ich erstmal jemanden zum Putzen. Danach gibt es die Leckerlis. Charlie, wie wär's? Na Mensch, Mann. Und danach gibt es eine ganz, ganz leckere Überraschung für dich. Also Preis, so Preis, hey. Also packen wir es jetzt an, umso schneller sind wir fertig, Charlie. Wo schon vielleicht? Benni. Ich entspanne, bitte doch. Mir hilft sonst keiner. Praktisch. Du auch nicht, oder? Richtig. Na, klasse. MeTime.